10 Zuschauer hat Robocraft 10 Zuschauer? Bin ich das etwa? Nein, der hat auch 3 Zuschauer hier Ja, dann wollen wir das mal in die Höhe schießen lassen, oder? Kein Schwein interessiert sich für Robocraft Es ist einfach so Und trotzdem krieg ich immer noch Kommentare Wann kommt wieder Robocraft? Ich, der größte deutsche Robocraft-Streamer Hier ist der Beweis Ich bin sogar weltweit der größte Robocraft-Streamer Auf Twitch zumindest So, ich hab Robocraft-Robocraft gar nicht installiert Scheiße Doch, ich hab's installiert Ich hab 683 Stunden das Spiel gespielt Es ist so unglaublich Ich starte das Spiel einfach mal Robocraft wird gestartet, ich bin so gespannt Wir sind alle gespannt wie ein Flitzenbogen Wie geil das Spiel sich entwickelt hat In all den Jahren hat sich das bestimmt übelst geil entwickelt Außerdem fliege ich hier noch ein bisschen durch die Gegend Jetzt ist die Frage Wo ist denn jetzt mein Robocraft hin? Weil wir stahlen's nicht mal, Angelo Ja, wegen dieses Bär-Anti-Sheet-Gedöns da Wie lange dauert das? Ach doch, 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 jetzt, 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 jetzt Da ist sowas Unsichtbares, schön aufgetaucht Ja Auf, ist das Spiel Auf, ist das Spiel Robocraft ist cool Robocraft macht viel Spaß Guck mal hier 70 Freunde haben es bereits gespielt 70 Freunde 70 Alter, das ist krank Ganz schön, warte mal, Angelo, bevor du irgendwas keiles laberst und so Ich würde da mit labern, aber irgendwie geht's dir grad nicht Konntest du da okay drücken? Oh, nee, es kommt einfach keine Rückmeldung die ganze Zeit Ich schließe es einfach nochmal Verrecke! 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 Bei mir hat sich alles aufgehangen Hä? Task beenden Task beenden Warum bist du immer noch da? Das ist der, 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 dieser Hentai, dieser Sau-Hentai Ne, der ist voll versaut Geht's auf ein Schwein oder was? Ja Der ist voll versaut Ähm Was ist denn hier los, Mann? Lass mich spielen! Wird dieses uralte Spiel noch starten? All das seht ihr in der nächsten Folge Weltmeist größte Robocraft-Streamer Ab und ich stream noch nicht mal Robocraft Wie man sieht Oh Oh, oh, oh Oh, es funktioniert! Free Jam, du geile Sau Du hast es hinbekommen Oh, geiles Video Ohne Ton So, einlocken Ich mach einfach hier Hey, hier gibt's gar nichts mit Steam Hey, wo hast du denn was mit Steam gesehen, Angelo? Hast du jetzt über Steam gestartet? Nein Du bist ein Trockel Ich hab dich über Admin-Admin-Dings gestartet Lade Assets Initialisiere Erde-Geo-Umlaufbahn Mhm Lädt Kontaktiere den Server Oh, oh Einige Kube Was? Einige Kuben An deinem Roboter sind überholt Diese werden aus deinem Vital entfernt Nein Deinem Vital und deinem Roboter sind mit neun Kuben aktiviert worden Heutige Quests Gruppen-Action Spiele drei Kämpfe in einer Gruppe mit einem Freund Das mach mal, Angelo Gewinne einen Kampf in der Kampfarena Das mach mal, Angelo Gewinne einen Kampf in Team Deathmatch Weiß ich nicht, ob du das schaffst Da muss ich ja mal Würde das Alter, was ist übelst überladen? What the fuck? Ja, ne? Die haben gelernt Alles voll Klatsch Also ich muss ja sagen Ich hab ja ein Gehirn wie ein Sieb Also ich erinnere mich ja nicht an alles Aber das sieht etwas überladen aus Klicke auf dein Avatar Um ihn zu ändern Oder Emotigramme einzurichten Ja, Hornox ist auch da Emotigramme? Oh, die Sackrate ist auch da Die Frage ist, Angelo Ist das Noob-Car noch da? Geile Noob-Car, Leute Lecker Guck mal hier K4 Laser K4 Nano K3 Blinselmodul Aber was haben wir denn hier? CPU? Bis 2000 darf man anscheinend gehen Aber es steht überall 2000 CPU Platz Den höchsten, den ich habe Ich glaube, das hatten die ja jetzt wieder geändert Glaub ich, Angelo Den höchsten, den ich habe Der hat 10.000 Was sind hier alles für komische Dinger drin? Das ist der Waag-Kriegsläufer Schickes Kahn, das Huhn Oh Gott Der hat das Huhn zu überladen Der Haufen, Waffen drauf No Ghost Chicken Alu-Fighter Ultra Übel Was zur Hölle? Kotkiste Ja Das rutschige Schwein Hä? Was? Rom Rino Vigitalis Castle Number Number 500 Für die 500 zur Folge, Leute Da haben wir den Castle gebaut Da haben wir noch Türme links und rechts gebastelt Tenchino Hm Was sind das hier eigentlich? Clan, ne? Mein Clan Tenchi Anführer Zenubs 2 50 von 50 Immer noch 50 von 50 Leute drin Zenubs Was? Was? Zenubs 1 2 3 4 gibt's nicht mehr 5 6 7 8 Ernstlich? Wir haben 7 Clans voll? Und der hat einfach nicht das Logo genommen Die Sau Der K0 Laser Eine Schnellfeuer Eine Schnellfeuerlade Kanone Sieht ja lustig aus Feuerzahl Hier Was haben wir hier? 4 Kanonen Und so weiter K5 gibt's Das sind die Mega Waffen, ne? Dann gibt's noch den O-Obs-Raum Technologiebaum Höhere Stufen Genau Die haben halt diesen Testtree wieder eingeführt Leute Wie man sieht Gibt's ja sogar noch welche Die ich noch gar nicht gekauft hab Schwere Kubus Gibt's jetzt auch Ja wo ist der jetzt drinnen? Also die mittleren Sind einfach die Die wir auch immer hatten Wahrscheinlich Und dann haben die jetzt noch Leichte Cubes Und wieder schwere Cubes Eingeführt Angelo Das heißt unsere Bots Sind alle nur mit Mittleren Cubes gebaut Naja ist okay Robo Pass Robo Pass Season beendet Die Robo Pass Season Ist nun zu Ende Aber wir werden sie Bald ein weiteres Season mit Exhibit Neuern Belohnungen Bringen Oh schade Gegenstandsladen Katzenaugen Hab ich eigentlich noch ein paar Von den Credits Ne hab ich nicht Aber ich hab noch 371.000 Robits Hab ich noch Ist das viel? Ist das wenig? Weiß nicht Ach Hangar Skins Muss man sich jetzt kaufen Deswegen sieht der Hangar So scheiße aus Damit die sich kaufen muss Hier Dann gibt's noch eine Fabrik Da kann man wieder Die Bots von anderen kaufen Oh guck mal Ich hab Robo Verdienst 16.500 Robits Die nehm ich mir gleich Natürlich Sehr gut Hier kann man sich Robits kaufen Für 80 10 Okay aber Wo ist jetzt meine Freund Ach hier kann ich ja so machen Dann gehe ich auch Hier Blauprinz ist ja auch mit drin Aber sind die gerade alle online? Hä Antje ich hab dich gar nicht drin Heißt du dich nicht Olekna? Ja Olekna Hä wieso bist du bei mir nicht drin In meiner Freundesliste Antje? Weil du alles rauswirfst Du hast mich rausgeworfen Weil du kannst ja meinen Namen eingeben Hast du gemeint Stimmt Ach guck mal Da sieht man jetzt Welche Tierklasse man ist Mein Bot den ich ausgewählt habe Ist Tier 5 Ah da unten steht's ja auch Tier 5 Tier 4 Tier 3 Habt ihr alle Tier 5? Und meine Waffe hier K4 Laser Ist das 1 1 1 1 Was bedeutet das? Weil Hab ich auch keinen Keinen Tierpunkt Ach Rang Die Waffe mit dem höchsten Rang An diesem Roboter Seine Rangpunkte Wird für das Spielersuche verwendet Hä? Die Waffen Auf den Auf den Auf den Robotern Bekommen Level Up Und wenn Also wenn du jetzt schon Ganz viele Kämpfe mit dem Roboter Gemacht hast Und du die Waffen halt schon Übelst fette Ränge erreicht haben Dann werden die Für die Spielersuche mitverwendet Mal gucken T5 Hä? Also wenn du den richtig oft spielst Diesen Bot Dann kriegst du immer stärkere Gegner Hm? Die Waffen Ach die Waffen werden noch besser hier Verdiene extreme dieser Waffe Um Powerverbesserung Für sie freizustellen Stahltonne Du kannst doch Waffen leveln jetzt Angelo Hier Da war mal der Sitz drin Leute Da wo das Loch ist Da war mal ein cooler Sitz drin Bearbeiten Testen Kopieren Anpassen Ey Was ist denn anpassen? Das ist nix Ach so Die Steuerung Tja Das ist typisch ein Scheißdreck Ähm Wo ist jetzt Ah Den Spawn Effekt Und so Kann man auch Bearbeiten Lol Leute Lol So Dann gucken wir mal Hier Hier gibt es wieder die schöne Garage Jetzt hier Das ist alles so Überladen Alter Hier Auch mit Naja Und so groß So riesengroße Schrift Naja Als würde ich Warte mal Ich dachte auch Das erste war woran ich dachte Das müssen wir gleich mal checken Dass die Auflösung Vielleicht scheiße eingestellt ist Dass die irgendwie Achter war Wollten die das für Tablets Groß bringen Oder was? Keine Ahnung So Warte mal Ich kann jetzt mal F drücken hier Geil Ich kann wieder eine Waffe mehr dran machen Wie kann ich jetzt Waffen Was ist denn mit der Die muss weg So Das ist natürlich Schwarz sein Eine Waffe mehr Inventarkuhe Achso Hier muss man Spielen Ich weiß nicht was Wenn du oben auf Spielen gehst Was kommt denn bei dir? Ich stelle Spielen Einzuspieler Und eigenes Spiel Oh das nehmen wir Anschluss Sehr dünne Atmosphäre Die maximale Höhe Für fliegende Roboter Ist viel niedriger als normal Das will ich machen Oh yeah Es geht los Oh shit Könnt ihr uns hören? Alter guck Hä? Olekna Volume Hä? Wir sind ja alle von einem Team Hä? Okay Wir sind ein komplettes Team Wir haben gar Es sind weniger Geg Weniger Mitspieler drinnen Kann das sein? Und man sieht auch Was für Waffen die haben Und so weiter Okay Boah Ist laut Fuck Übelst laut Oh scheiße Wir können auch keine Es gibt Doch hier Einstellung Einstellung Boah Ist laut Kannst du sonst beiheben Okay Was machen wir jetzt? Was müssen wir überhaupt machen? Ich glaube das ist Team Deathmatch Ah da geht es um Wer die ersten 15 Kills hat Okay Leute Bleibt zusammen Immer Alter wie Die Eiern aber immer noch So beschissen rum hier Die haben ja irgendwann Die Mechanik geändert gehabt Bei den Bei den Ketten Und dementsprechend Eiern die immer noch So beschissen rum Aber es geht Wir müssen jetzt irgendwo angreifen Ne Wir müssen ja nichts angreifen Wir müssen Ja doch Wir müssen schon Aber bleibt zusammen Leute Da sind die Gegner Geoline kommt schon oben angeflogen Rechts von uns Das sind ja auch mal besser gefahren Das ist wirklich scheiße Ja die sind sehr matschig geworden Das ist nur die haben Ray guns Oh oh Irgendwas Komm Schieß dir nach oben runter Sehr gut Brauch jemand Heilung Bin weg Bin weg Ich halte dich Ein bisschen Oh jetzt bin ich wieder aufgestanden Naja das ist Team Deathmatch Angelo Ich hab gesagt Wer die ersten 15 Kills hat Der gewinnt Anschlug Da oben Du bist alleine weggefahren Glaube ich Ne ich bin da gestartet Ich kann die Ich bin nicht weggefahren Oh nein Wegan Ich bin schon wieder gestartet Und die warten Kriegen auf mich Na klar bist du da gestartet Wir sind noch hier alle Ich bin nicht weggefahren Siehst du Ja jetzt nicht Du startest halt noch weiter Unten Hey wie weit kann man denn heilen Jetzt kann ich mehr heilen Hä 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 War doch zu weit weg Blutbrinz fährt irgendwo anders hin Olekna Aber fehlt nicht einer von uns noch Na der ist jetzt gerade wieder gestartet Schießen Ist doch Auf was denn Ihr müsst schon auf die Typen da schießen Auf welche Typen Angelo Ja auf uns Ja das mach ich doch Sitz du denn Was ist los mit dem Angelo ey Ich seh nur meine Schüssel die ganze Zeit Ich seh keine andere Schüssel Echt das ist nur deine Schüssel Da hinten Hinter uns Schießt auch jemand Ja die fliegen halt alle Und kisten Leute Und jetzt Sag ich euch mal Warum ich RoboCraft hasse Wie die Pest Weil die alle rumfliegen Ja stimmt Es gibt auch sowas wie Blinzeln Und sowas gab es ja auch noch Ja das war nämlich das Hauptproblem Warum RoboCraft kaputt gegangen ist Kann mich jemand heilen Oh shit Oh hier kommt der Typ Ja ich schieß schon mit drauf aber Beine wegschießen Beine wegschießen Ja der kann ja noch fliegen Angelo Die hat ja hinten noch so ein Propeller dran Oh shit Ziemlich am Arsch grad Angelo wird glaube ich auch gleich weggebracht Ja Es kommt zu euch Ich hab nur noch ein, zwei Schüsschen Ich hab nur noch ein, zwei Schüsschen Einen kann nicht keiner Ich hab auch Das ist doch doof Dass die noch fliegen können Das ist doch beschwollend Angelo voll aggressiv Was ist denn los mit dir Angelo Das ist das, warum das Spiel kaputt gegangen ist Ich hab einfach nur hier mit Rädern Oder nur diese Dings Dann machen sie Düsen Und jeden Scheiß Können doch schon gar nicht so hoch fliegen Ja aber der kann wegfliegen Ja lass uns den hier holen Den vor uns Mario oder wie der heißt Aber der hau ich ja auch ab Scheiße das ist auch schnell Aber Volume ist doch da Ja den brauchen wir gar nicht erst anschießen Dann kann ich eh wieder wegfliegen Ist die Autoheilung eigentlich wieder noch drinnen Oder ist sie jetzt wieder weggemacht worden Das weiß ich gar nicht Oh der arme Volume Der wird alleine fertig gemacht Und jetzt komm ich Und fahr genau da auch noch da rein Ja ich bin auch noch mal voll da reingefangen Weil ich dumm bin Ich glaub der Pumpgun Heini ist schon besser Ja der Typ Der haut immer ab Das ist so dumm Wir müssen wegfahren Aber ruhigen Angelo ey Ja der schiebt mich die ganze Zeit ab Ich kann ihn nicht abschießen Ja der haut immer ab Der fliegt Und dann fliegt er immer weg Also unsere Bots sind aber auch Seit Jahren einfach eingerostete Drecksdinger Das sind normale Dinger So wie es sein sollte Ich kann schon sich einfach anmaßen zu sagen Wie das Spiel sein sollte Ja dadurch ist es kaputt gegangen Jetzt haben sie auch verdient Ganz einfach Haben sie verdient Ja so eine Scheiße baut Der hat es verdient Angelo ist übelst der Rage dude Alter Ich schieß die Beine weg Der Typ Dann schießt die Haufen Waffen weg Und dann fliegt er einfach gemütlich weg Was ist das für eine Scheiße Wie ich hier schon sagt Angelo ist das erste Spiel Und schon voll drin Das ist ein Dreck man Das ist ein Dreck Boah was ist das denn hier Da habt ihr das Free Jam Deswegen ist euer Spiel scheiße Muss ich mal leiser machen Ich bin viel zu laut ey Mairo Geo Das sind diese Gegner gewesen hier Was Ach warte mal Oh man kann Abstimmung machen Ups Hab ich jetzt gestimmt Weiß ich gar nicht Yeah Stufe 154 geworden Faires Free to Play Free Jam bemüht sich Um faires Free to Play Durch das Ausgaben von Geld Wird dein Fortschritt beschleunigt Und du erhältst Dekostände Ja ja Mega Stufenaufstieg Einmal Techpunkt erhalten Lol ich bekomme jetzt pro Level ab Ein Techpunkt oder was Okay Interesting Okay Ähm ich nehme mal was anderes Statt des Noob Corps Würde ich jetzt gerne mal den Kenta nehmen Der brettert alle In den Arsch Oh da hab ich hinten einfach draufgeklagt Hahahaha Einmal hinten draufgemacht Hahahaha Oh lol Oh der Trotzer hab ich auch noch Lol Das war ganz cool so Aber jetzt für dieses Team Deathmatch Das was wir gerade gespielt haben Da bringt das nix 400. Folge Hä Das Ding heißt 400. Folge Ist aber eine 500 Hä Hä Ja die Maya Kriegsläuferin Hahahaha Der einbeinige Mann Der war eigentlich der Beste Warum eigentlich Hat der überhaupt Waffen drauf Irgendwie billige K3 Laser Hat der gerade mal drauf Ich glaub der war eine Stufe runter Glaub ich war der Der war nicht ganz oben Jetblow Jetblows Player 2 Hahaha Geil Ich hab Player 1 Komm wir machen mal Jetblows Player Nehmen wir mal Angelo Was hat der da drauf Ein K4 Plasma Eine K5 Plasma Eine K4 Plasma Hahahaha Ja weiß er nicht Ging anders Ja ja geil Den nehm ich Ey Krüppel hätt ich Hahaha Ich nehm die Jetblows Player 2 Da musst du jetzt Player 1 Nehmen Angelo Ich hab Player 1 Moment Hahaha Shiyu kommt da Bringt mich da auf eine Idee Was Waffen noch dran klatschen Hahaha Ach es passt leider nicht Aber ich kann es so machen Hahaha 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 Ey Waffen bringen ja überhaupt kaum CPU Verlust Hahaha 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 Ne die bleibt jetzt da Genauso Ich kenn nicht mal Hab ich grad was verloren aus dem Mund Ich hoffe nicht Hat keiner gesehen Mit vollem Mund spricht man nicht Auch wenn man mal die Wahrheit spricht Hä Das ist ein sehr berühmtes Stichwort Sprichwortanschluss Kennst der wohl nicht Oh it's going on Jetzt geht's los Ja gleiche Kack Map Aber die können auch springen jetzt Pass auf jetzt Ah mit Julie Er hat auch Huiiii Können sogar fliegen Junge Können fast fliegen Der kann fliegen Hahaha Der ist doch wirklich fast fliegen Krass Oh Lol Hahaha Wie geil ist das denn Erstmal geil Ich komm nicht mehr hoch So Wie kann ich die Waffen noch mal ändern Ich hab welche Waffe Achso doch jetzt Welche Waffe Alter Hä Mein Bein ist weg Ne warte mal Ich bin aber nur falsch gedreht Hä Alter Die Mechanik funktioniert überhaupt nicht mehr mit dem richtig Angelo Ja der kann ja gar nicht mehr laufen Doch Ne bei mir läuft der nicht mehr Weil sie mich gleich tot Aber Autoheilung ist ja Ja weil du auf dem Boden liegst wahrscheinlich Ja weil ich Ich laufe los und kipp gleich nach hinten weg Ja ich kippe nach hinten weg Weil so schwer ist anscheinend Du darfst nicht so schnell laufen Du darfst nicht so schnell laufen Oder guck auf den Boden und laufe Ja Ich mache nichts Der fliegt einfach los auf einmal Ja weil deine Waffen so schwer waren wahrscheinlich Nach hinten Oder was der gibt immer nach hinten weg Nicht nach vorne Wie kann ich nach hinten Ne Der geht aber nicht mehr Oder ich muss nach unten fliegen Gab's doch so einen nach unten fliegen Knopf Ich glaub Shift oder so Was ist denn jetzt hier los Der geht aber wirklich nicht mehr Ja der geht aber nicht mehr Alter ich kann mich nicht mehr aufrichten Gab's nicht mal so einen Knopf für Oh das ist doch scheiße R T G E F F Ich glaub die ganze Zeit nach unten boosten Ne Das ist scheiße Der geht einfach nicht mehr Ja ne funktioniert Shift halten hab ich grad probiert Aber selbst dann geht's nicht Stirb Einfach stehen Oh Ja sie kann doch laufen Danke fürs heilen Ey so kann ich nicht schießen Achso Weil Dann schieß er halt aus meinem Pullermann Ich hab keine Waffen Ich dachte ich werde geheilt Oh ich wurde wahrscheinlich Geht aber gar nicht mehr Alter es geht einfach nicht mehr mit denen Halt die Beine sind so scheiße Ja vielleicht muss man die größeren Beine dran bauen Alter der kippt immer sofort um Oh nein die haben dich beschützt Weglaufen weglaufen Hilfe 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 Das ist ein bisschen schaden Wenn die Bots einfach nicht mehr gehen Die man damals hatte Das gibt's nicht nur Karten mehr Oh ich hab keine Waffen mehr Jetzt kann ich wenigstens noch mal laufen Ja ich muss mich heilen Wenn ich keine Waffen daran hab dann kann ich wenigstens laufen Ich kann nicht mehr schießen Oh shit Ich hab mich bei soem schießen Aua Deine Mutter will mich angreifen von hinten Hilfe Hilfe Ja hat er sein Schutzschild gemacht Ist doch Lol Keine Chance Keine Chance Leute Geh jetzt weg Oh ich würde ein wenig overlay machen Sorry Leute Nein, jetzt wird er noch geheilt. Oh, wo kommt der noch einmal her? Oh, meine große Wache ist ja wieder da. Aber die kann nicht schießen. Ja, die schießen schon. Hilfe, Hilfe, ich rutsche weg. Ey, das ist einfach ein Trauerspiel. Mit den Jet Boss-Spielern, ja, ey. Aber fliegen alle, ne? Ja, du fliegst auch. Wie einfach rum, Iron. Oh, der Gegend ist ins Hauptvideo zurückgekehrt. Der konnte es nicht mehr aushalten, der hat sich nicht mehr ausgehalten. Diese Noobhaftigkeit. Schutzschilder hätten sie weglassen können. Das Fliegen hätten sie weglassen können. Angelo. Und das eine. Wir haben einen Kill gemacht. Einen Kill haben wir geschafft. Ich muss da jetzt mal ein Gefährt noch haben, was gut ist. Yeah. Ja. Ja, was könnte gut sein? Das ist eine gute Frage. Warg-Kriegskämpfer? Das ist ein TM. Das war ein Heiler. Der hat aber eine kleinere Einstufung gehabt damals. T4 ist, glaube ich, viel zu hoch für den. Hier habe ich auch mal ein Flugding gemacht. Der ist zu klein. Jetzt können die sogar mehr machen. So. Das soll es erstmal für die erste Folge gewesen sein. Ja. Äh. Ein Schuss zu Feuer im Wagen. Ich werde uns das nächste Mal ein bisschen leiser machen. Ist ja auch scheiß. Ähm. Und das nächste Mal fliege ich mit denen da durch die Gegend. Ich werde da vielleicht noch eine Waffe drauf machen. Links, rechts. Wir hatten, glaube ich, mehrere Waffen doch in dem Bild drin gehabt. Deswegen sind da noch so komische, äh, Flächen da drin. Da werde ich gleich mal nach hingucken. Und dann, ja, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Also, würde ich sagen. Ich war noch Tenchi auf dem YouTube-Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Ich habe gar keine Anmoderation gemacht. Fällt mir grad auf. Hahaha. Scheiße. Ja, ich find das. Dinn! Virginia Gitarle. Ich frage einen Mal Bad. й, dass mal тов Young bl ö kärtieren muss. Picotisch sind ja, Le rem alt. Jバ e Seele. Untertitelung des ZDF, 2020